moin leute was geht hier ist wieder euer geist in diesem video möchte ich euch eine neue geheime herausforderung zeigen bei der ihr den waffenstillstand zwischen den bären und den zwergen feiern könnt beziehungsweise müsst und zwar landet ihr hierfür bei weeping woods wie ihr wisst war ja auch davor wo ihr den krieg beendet hat war die mission ja auch bei weeping woods und die ist auch da ganz in der nähe leute ich fliege da mal hin und zeige euch was ihr dafür machen müsst ich zeige euch das noch mal auf der karte das ist genau hier auf dieser position und ja wir sind auch gleich schon war ich bin leider ein bisschen zu hoch geflogen und da landet sogar noch jemand alles was ihr hier machen müsst leute ihr stellt euch hierhin und dann müsst ihr einfach tanzen und wenn ihr dann getanzt habt könnt ihr dann habt ihr dann die herausforderung abgeschlossen bekommt 15.000 ep ich werde jetzt verfolgt leute ich will mich ganz schnell bei euch verabschieden bevor er mich einholt falls euch das video gefallen hat lasst doch ein like da ein abo wäre nicht schlecht leute und ja ansonsten sehen wir uns im nächsten video